moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge medieve 2 total war wir sind wieder zurück am start ja mit venedig an runde 184 und ihr könnt ihr sehen die timurin sind am stislet sie waren auch schon letzte runde im stislet und haben uns ordentlich mal trittiert also das läuft hier gar nicht so gut wie gedacht sollte gerne sonst mal in den letzten folgen vorbei da wurden wir ordentlich auseinander genommen aber ich kann es ja immer noch wieder sagen die timurin auf offenen schlachtfeld die rasieren einfach egal was ich mache das ist katastrophe deswegen haben uns jetzt am ende der letzten folge dazu entschieden dass wir uns ein bisschen weiter zurückziehen ihr seht schon ich bin hier gerade schon am flüchten wir haben hier akon mit einer vollen armee so gut wie wir am damaskus fast voll edessa da kommen über truppen hin wir auch adana und caesarea sind voll das heißt truppentechnisch und auch aleppo aber truppentechnisch sind wir ganz gut aufgestellt drumherum und versuchen jetzt erstmal in die defensive zu gehen weil auch auf der offensiven seite sage ich mal wenn wir verlieren oder würden wir das wäre wie so ein fleischwolf wir würden immer wieder einheiten reinwerfen natürlichen auf dauer würden wir sie zermürben aber das würde uns so viele einheiten kosten und so und da kann man das ein bisschen klüger denke ich anstellen ansonsten haben wir oben noch immer sage die hauptstadt und die letzte stadt von russland dort sind wir auch schon demnächst auf dem weg müssen wir noch mal außen rum laufen denn diese rebelle ist ein bisschen stark da will ich jetzt die einheit nicht dran kaputt gehen lassen die laufen übrigens hier auch den letzten stimmt das war ja auch noch genau genau die mongolen haben rüazan eingenommen und haben es geplündert und kaputt gemacht da sind wir jetzt wieder am aufbauen und sie laufen jetzt direkt auf kiew zu wo wir jetzt noch auf ganz schnell der welle was herstellen aber ich bin dir ganz ehrlich schwierig ja das wird wohl nicht reichen die kommen nächste runde schon an können das belagern das heißt mit anderen worten wir kriegen jetzt hier noch mal drei truppen raus das war's da müssen wir mal schauen was wird sie ja sie unter lütsch sind wir schon am herstellen damit da aufgehalten werden kann sogar in der brand stellen wir schon her perfekt und noch mal ebenfalls haben wir oben eine flotte angefangen zu bauen für die neue welt die haben wir jetzt ja vor kurzem mal freigeschaltet da kannst du mit karakern oder karavellen rüber haben wir bauen können und ich sag mal so jedes schiff genau jetzt das gerade nicht ja moin jedes schiff ist voll mit einheiten und auch mit einem general theoretisch auch mit sehr speziellen armeen das heißt wir haben nicht so langweilige nur mit rittern und reitern und das war's sondern wir haben wirklich spezielle einheiten dabei um ein bisschen spaß mal zu haben ich bin ich bin euch ganz ehrlich natürlich die generelle werden bis dato wahrscheinlich nicht mehr unter uns weilen bis wir hier fertig sind europa und rüber segeln werden aber da können wir sonst immer nach senden genau ich würde sagen das ist aber jetzt genug gelaber gewesen wir machen jetzt erstmal weiter rebellen weg wichtig und richtig das land schön säubern von rebellen das muss ja nicht sein wenn sich die bürger auch noch mal sicher haben wir noch eine rebellen irgendwo rumlaufen jetzt gerade weil der typ hat sonst nichts der ist auch schon 61 ach du heilige makrele der macht ja gar nicht mehr lang rennen wir mit der armee bitte nach sein wahrscheinlich wirst du dann schon gestorben sein aber noch was die armee da drin rein stellen dann wird ein anderer general deinen posten übernehmen wird hier weiterhin ja genau hier so leute rebellen vernichten das wird denke ich gut sein und ansonsten haben wir glaube ich diese runde nichts mehr zu tun gehen in die nächste runde rein es wird wild ich habe angst also ich habe wirklich angst bewegt euch mal okay mongol mit kommen mit einer kleineren armee die könnte die könnten wir schlagen die sieht machbar aus ich weiß nicht was da drin ist aber sie machbar aus okay jetzt sieht scheiße aus jetzt hat sich geändert ach so und die dritte ja klar okay jetzt 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 vergiss alles was ich gesagt habe es ist alles egal oh gottes willen aleppo wird belagert das ist okay aleppo ist voll mit zwar keine zitadelle aber es ist voll dann komm mal rein junger mann der oben geht vielleicht nach adana das kann sein tatsächlich okay da können wir zum beispiel jetzt sagen dass wir die armee da die daneben steht damit rein senden wenn wir glaube ich auch machen aber adana ist auch eine zitadelle das würden die auch wahrscheinlich von selbst schaffen bin ich ehrlich zu euch das wiederum ist jetzt scheiße da müssen wir mal gleich flüchten das wird nix selbst wenn wir die dicke armee daneben noch dazu hätten das wird nicht reichen es reicht einfach nicht selbst wenn wir zwei volle armeen haben wie zum beispiel jetzt hier der fall ist wenn wir jetzt anderthalb volle das kannst du so hart knicken ne der hat hier wir haben wir glaube ich mal ausgerechnet hatte ich das 90 genau 150 elefanten aber ganz bestimmt nicht und wir können nicht fliehen was wie frech ist das denn und ich muss mit beiden kämpfen jetzt ist vor nein ich dachte ich habe die weit genug weggeschickt der fromme auch noch warum sind wir da grausam wir werden gerade gleich grausam zerfetzt guckt euch die armee an bitte ach du scheiße ja gut das müssen wir jetzt machen wir jetzt gar keine wahl den spiele ich auf jeden fall selber da da lasse ich die kai nicht ran na dann meine lieben generelle ist was schön mit euch insgesamt glaube ich vier unserer familienmitglieder jetzt dabei mal gucken ob da jeder leben draus kommt wir werden es versuchen so ich werde jetzt nicht die schlacht starten und auf flüchten drücken das ist nicht unser stil wir werden es versuchen und ich sagen auch so das wetterspiel wir richtig gut mit schöner sandsturm auf einer absolut in der wüste alter das passt auch richtig gut zur stimmung das ding ist die verstärkung wenn sie jetzt gleich direkt kommen sollte kann ich nicht komplett spielen wir haben ja hier gerade nur fünf freie slots sonst ich weiß auch ehrlich nee okay der greift uns jetzt an das heißt er wird natürlich der aggressor sein was aber auch ein bisschen egal ist tatsächlich ja dann läuft er auf uns zu und beschießt uns dann mit seinen bogenschützen und mit seiner elefanten artillerie so wir können nicht so gut zurückschießen jetzt wäre hier tatsächlich fernkampf ganz nice gewesen ich merke ja immer so fernkampf ja braucht keiner und so ich jetzt gerade wird das ziemlich geil gewesen nur gut da das kamer schreiben wir mal bitte nicht so ins ohr junger man das glaube ich alles jacke wie hose was wir machen hier ja wir werden das beste versuchen habe ich glaubt wird jetzt ein blutbad und nicht auf deren seite dann haben wir uns unsere gigantische kavallerie einmal bitte und ist ja richtig mächtig das sind wirklich nur resten da kommt dann in einer mir ich weiß auch nicht ja das ist wichtig jetzt noch wir machen es mal okay verstärkung ist nicht da da gibt es nichts mehr zu zu sagen wir sind halt am arsch und ich konnte nicht flüchten guckt euch das an wenn wir allein schon diesen flügel und diesen flügel an einheit nicht hätte würde die mitte schon ausrechnung uns auseinanderzunehmen weil die moral dieser truppen so gigantisch ist und auch die erfahrungswerte so hoch sind nee alter werden ab und zu mal hier umgeworfen so ein bisschen von den elefanten aber juckt halt da haben sie auch schon einen umgebracht guck mal nicht doch nicht der steht wieder auf ich also ich weiß gerade gar nicht ich glaube es gibt aber friendly feier so ein bisschen oder wenn sie da durchlaufen aber so richtig schaden bekommen sehe ich sie jetzt auch nicht ihr habt schon gehört die artillerie schießt mashallah ja was soll ich machen ich muss jetzt angreifen weil wenn ich nicht angreife dann schießen sie mich langsam runter so was soll ich machen ich muss mich bewegen das ist halt das ekelhafte ich muss mich bewegen alter nico die mich auseinandernehmen das ist ja nicht mehr normal dadurch mal wieder laufen wir werden versuchen wir da ich weiß nicht mehr was ich machen soll also das ist ja absolut los ja beschießt die meinetwegen und kavalerie kommen geht rein hier irgendwie aber es bringt nichts selbst mit der verstärkung würden sie kommt jetzt nein ich hatte kurz über die aufgeben zu drücken doch und nein das ist nicht gut das ist gar nicht gut okay weg 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 ja kommen die die anderen sind egal aber generelle raus da raus da raus da nicht meine generele das ist was ganz persönlich ist die bitte nicht raus 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 bewege ich dich doch oder er flüchtet das geht halt auch ja ne flüchtet also ich weiß auch nicht was bringt denn das euch jetzt nur noch ihr werdet sterben alle mann und ich sollte motivationscoach für meine einheiten werden alle wie viel drum aber von denen bisher ausglöscht zwei wenn überhaupt ich will die verstärkung nicht haben ich habe gehofft dass wir sie nicht dass sie nicht kommt und die deswegen jetzt nicht kaputt gehen wird aber sie wird sterben generelle ab nach oben dann lasse ich jetzt erstmal fliehen und bitte kommt bitte her wenn ich das bitte 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 oder flüchte das geht halt auch muss meine familie beschützen ja das war einer der 1000 bogenschützen die die hatten war das war's also ganz ehrlich ich kann die diesmal kann ich sie nicht bleiben sie waren absolut in der unterzahl und es war klar dass wir dass das nichts wird ich kann sie nicht bleiben ich kann sie nicht bleiben es ist okay es ist okay wo schießen die eigentlich drauf doch gar nicht wie können wir die kommen also wir sind jetzt in dieser spitze gerade reingegangen das heißt die können es jetzt komplett umringen und wir sind wir sind sowieso am arsch versteht mich nicht war ja da kommen auch schon die ersten kanon kugeln es läuft alles nach plan nicht bewegte euren arsch kommt bitte 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 geht mal hinter die düne vielleicht bringt das was die kavallerie ich habe absolut keine übersicht weil das hier alles noch ein bisschen so durcheinander gepfeffert ist immer dahin leute wie soll ich das machen was nicht geil ist dann dass meine damen und herren ich doch mal die kommen ja die ja die blöden elefanten es ist doch nicht zu fassen general absolut aber mal hier weg das muss ja nicht sein das tut doch nicht na halt dass das ekelhafte ist das ekelhafte seid ihr gemein ich weiß ich bin richtig überfordert vom game gerade oh gott oh gott erst mal auf mal eins vielleicht das wäre schon mal ganz hilfreich dann ihr bitte meine damen und herren ihr beschießt mal die da bitte 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 relativ alleine macht mal da was ihr machen könnt alter wenn wir auseinander gedübelt kann ich euch sonst auch vielleicht irgendwie sinnvoller hinter die düne stellen im hinter die düne jo nutzen wir mal die gegebenheiten das verstärkung kommt noch macht die weg macht die weg die sind gerade richtig krass aufgeteilt die mehr sind gerade alle nicht da wir haben hier gerade ein riesen stack elefanten beides auch artillerie ist es so widerlich aber nicht ohne grund sind die timoriden die letzte ki dann von außerhalb kommt die ist nicht ohne grund stark aber ihr könnt auch schon sehen das habe ich auch in den letzten folgen gesagt guck mal wir haben wir haben noch ein bisschen bolzen so ist es nicht aber wie wir kaum damage machen aber wir haben natürlich auch nur begrenzt munition alle die treffen uns natürlich trotzdem sonst geht mal bitte noch näher ran an die düne das kriegen wir schon irgendwie in leute kommen nah ran bekommst du auch noch her schön hier hinter genau ihr könnt euch auch gerne beeilen ich glaube das tut euch ganz gut was soll ich machen wenn ich jetzt raubrenne dann kommen glaube ich alle wir könnten versuchen ich versuch's mal mal gucken was passiert ja mit den sperrträger was habe ich mir den sperrträger mit allen mit allen fußsoldaten einmal darüber bitte rennen möchte ich ungerne instant die truppen guck mal ich habe sie gerade erst diesen gerade erst angekommen fliehen direkt und ich kann mit denen auch nicht töten leute das nicht ja ich muss was machen aber traue ich mich nicht ein sie kommen oder bewegen die sich nach vorne nach hinten das ist gut ich sollte doch mit kavallerie kommen das ding ist elefanten die wir machen halt mit den armbruch schützen gar kein damage weißt du was scheiß der hund drauf wir gucken mal was passiert was soll ich machen muss jetzt einmal wir versuchen einfach herrn rein zu gehen ihr meine damen und herren ihr werdet euch mal sonst mal hin bitte aufstellen keine ahnung wie immer mit der kavallerie jetzt rein und dübeln da mal ordentlich weiter bewegen sich denn jetzt naja ist es das ist nicht funny leute das ist wirklich nicht funny oh nein das ist gar nicht funny ich lache auch nicht was tut so weh ich weiß natürlich unsere meli oh gott wie sie alle kommen unsere militärische stärke ist natürlich bombastisch also insgesamt wir sind riesiges reich wir können schon truppen produzieren so ist es nicht aber es tut weh wenn unsere truppen so einfach zermöpft werden guckt euch das an wie sie hat was soll ich machen jetzt sind los wenn die jetzt drei indigenes reit rein die fußsoldaten da fliehen auch schon wieder der erste hier general gehen wir wissen in sicherheit wenn das geht ja alle kavare die ganze kavallerie ist weg von uns das ist absolut lust wir brauchen das nicht weiterspielen wir werden halt verlieren das tut so weh er hat uns so aus der hat uns einfach ausgenudelt und natürlich wir rennen richtung aleppo da wo die action abgeht natürlich genau ja genau das war doch die beste idee die wir haben konnten statt nach edessa reinzulaufen laufen wir zum feind ich lebe sie können diese aber ich heb gerade die hände in die luft weil ich nicht glauben kann was hier passiert ja auch noch goldene abzeichen er kommt nicht mal automatisch dass das bringt halt nicht so ja ist übrigens wenn ihr automatische schlacht macht habt ihr noch mal eine höhere chance dass eure generelle überleben ach so na klar vom regen nicht nur in die traufe sondern in den absoluten amazonas regenschauer was ist denn dat hier alter jung ist die tut mir so ja ja klar dass der noch lebt und ich habe sogar die truppen nummer frei gekauft darf ich jetzt bedürfen jetzt bitte fliehen das haben wir getan gar kein geld gerade wir machen 1000 bausachen so ist nicht ja hingerichtet hingerichtet auch das schmeckt ja rennen voller tod wir haben übrigens zwei familienmitglieder verloren okay auch hier oben noch mal ein natürlicher todesfall an alle drei auf jeden fall eine kurze schweigesegunde die familie wird auf jeden fall jeden tag dezimierte und zwar ordentlich lebt noch der ist halt auch ja gut der ist tatsächlich auch gestorben was ich da machen soll der ist auf sich alleine gestellt was ich machen wir können ich weiß was ich mache ab nachdem kann ich kann ich sowieso gar nicht herstellen ich kann schon gar nicht mehr reden aber ich absolut fertig mit meinem leben dann brauche ich jetzt ja nicht mehr damit auch keine hohen wert um damit man die damals irgendwie sich aufwerten lassen kann das lohnt sich nicht du mein freund du flüchtest auf jeden fall immer ganz schnell ich weiß nicht dass die pyrenäen keine ahnung oder die kapaten eins von dem keine ahnung rein mit dir da auf jeden fall du warst relativ jung ich entsinne mich du hilfst aber absolut mal hier den bremen mit du bleibst einfach mal daneben stehen einfach mal als abschreckung warte mal wenn der jetzt die siedlung nächste runde angreift dann kommt er zu hilfe sollte so der fall sein aleppo ist tut mir leid du bist auch auf dich absolut alleine gestellt ist absolut hier eine kurve und gehst hier richtung edessa oder erst mal die nähe von edessa mit dazu nur das unterstützen kannst du bleibst unter damaskus unser palmerio ach guck mal haben noch zwei überlebt maschallah ich gehe nach damaskus da können wir die gut zusammen ja es ist nichts ich nutze jälle fromse ecke aber es okay oder maskus sie ganz okay aus den bredin werden wir mal auch hier so in der ecke behalten erstmal das ist ein akkord da kannst du nur noch truppen reinstecken die rosalim ist auch voll das passt der bruder warum habe ich dich hochgeschickt einfach nur so na komm du bist einfach da ja wir müssen jetzt die grenzen halten also die städte müssen jetzt einfach durchhalten weil das wird absolut widerwärtig also dass das ich kann es ja nur so sagen dann gehen wir auch da russische prinzessin wird jetzt hier gleich wieder verhandelt junge der zug ist abgefahren ja da kann ich so sagen hat nur kavallerie wenn euch wundert warum das eine schlechte kavallerie ist hier oben ist nichts ausgebaut also da können wir jetzt nichts mit besserem rechnen aber ist okay insgesamt sind das drei armeen hier die können schon ein bisschen schaden anrichten das ist jetzt hier scheiße hier wird nichts runterfallen halüche und ebran das passt erstmal so geht du mal erst mal nach er sie wir müssen sie spätestens hier ab der festungslinie aufhalten und ich denke das heute auch funktionieren und die kommen auch langsam hinterher wobei auch das stichwort langsam ist mehr können wir nicht machen wir können gucken dass in alexandria kommen die truppe können wir auflösen das kostet uns geld das kostet uns auch geld ja aber dann sind sie sauer dann lassen wir das next round ich denke wir mal wir müssen jetzt eine belagerung schlacht machen oder mehrere mal schauen so den bruder haben wir noch der kommt noch mal zu hilfe das ist gut haben wir unsere elefanten drin glaube ich überhaupt man denkt ich sag dir mal ganz ehrlich sieht ich gut aus als der erste kollege da war der erste brä sah noch okay aus das war machbar aber so definitiv nicht ich denke hier ist auch klar dass wir nicht echtzeit schlacht machen müssen da die brennen uns und aus ende dennoch auch da gut dass sie das halten wolltet habt ihr gut gemacht bestimmt ok hier haben sie eingenommen werden jetzt wahrscheinlich wieder plünern gehe ich mal von aus dann gönnen die sich vor allem wahrscheinlich immer wieder neue söldner jetzt weil die halt durch unsere steht immer geld verdienen okay geil geiler scheiß geiler scheiß okay folgendes an die verstärkung spielen wir selber aber absolut scharkrug oder scharkrug so rum der fromme sind dann haben wir mehr truppen in der vizite da drin und auch gar nicht so schlecht drum besitzt auch mal die beiden 150 elefanten klar das ist auch so ein stanni ding das muss sein ohne 150 elefanten in einer armee bis doch einfach keiner weiß in der thymoridischen familienordnung bist du einfach kein hohes tier wenn du keine elefanten bei dem team hast und vor allem nicht so viele große ist natürlich selbstredend positionierung starten jetzt haben wir mal endlich wieder einen guten vorteil weil wir uns in einer festung befinden mit zwei ringen genau genau ich würde auch ehrlich gesagt sagen dass wir uns direkt in den zweiten ring zurück bewegen so viel fernkampf haben wir nicht so viel fernkampf haben wir nicht mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen weil die erste mauer die werden das werden sie wie einen schweizer käse aufmachen das werden die mit ihrer artillerie absolut alles zerstören hier das heißt hier kommen sie sowieso rein hinten wird es ein bisschen kniffliger und ich muss sagen das ist ein layout von der festung was ich glaube ich noch nie gesehen habe das ist ja mit der zweiten mauer ganz wild gibt es auch nur ein eingang hier kommen sie theoretisch durch also hier und hier ja gut kein problem machen wir mal so und du keine ahnung weiß ich ehrlich gesagt nicht du stellst dich meinetwegen erstmal so hin genau und dann werden wir natürlich hier so die ecke schützen wer die letzten lps gesehen hat der weiß dass wir schon häufiger natürlich gegen die timoreen gekämpft haben und natürlich auch da die siedlungskämpfe besser liefen sorry besser liefen weil ne auf einem schlachtfeld ihr habt das jetzt in den letzten folgen gesehen absolute krise absolute katastrophe die stellen wir mal hierhin falls sie hier auf die mauern kommen oder durch die bestimmt die können ja durch die mauer noch kommen kommen da habe ich direkt vergessen ja moin also kann auch da durchaus ein sperrträger stehen das gibt schon sinn fakt ist aber wenn sie hier reinkommen können sie auch nur hier rum die können nicht durch diese ecke die müssen schon hier sich durchkämpfen das ist das ein ordentlicher haufen truppen das passt schon ich lassen wir trotzdem damit auf die mauer kannst falls sie daran kommen ihr bräst kommt mal wieder hierhin und könnte auch auf die mauer rauf wenn es denn das verlangt dann markieren wir euch einmal bitte die drei ja und die glaube ich schicke ich nach draußen ich komme mit den kann man draußen ordentlich rabatts machen und ihr meinetwegen erst mal jetzt auf dem platz stehen ich glaube da oben brauche ich euch jetzt noch nicht an der mauer brücher zum transetzen und das funktioniert nicht so gut ich habe euch hier gerne ordentlich aufgestellt was ist das so innerer monke und so ne wisst bescheid ja keine ahnung dann steht ihr general stellt sich halt so hin so die einheiten jetzt schon dann du gehst ein just because du kannst du kannst nicht ganz manchmal ist aber auch kritisch hier mit den truppen platzieren innerhalb von festungen meine herren so dann haben wir bitte dann machen wir so hier passt der general ist dort er kann doch da bleiben und diese brüder haben wir noch einen weiteren ausgang eigentlich das wäre ich jetzt ganz haben wir sogar perfekt hier kommt soll ich jetzt jeden einzelnen von euch nehmen anscheinend ist eine katastrophe valerie aufstellen ist ja ja gut weißt du dann bleibt jetzt einfach hier was soll ich machen schlag starten zack und ihr rennt jetzt mal ganz schnell hier raus verstärkung ist noch nicht da aber das ist vollkommen fein für uns die brauchen wir wahrscheinlich gar nicht und jetzt wäre sie sowieso nicht noch nicht brauchbar gehen wir raus ihr werdet von außen ärger machen aber je nachdem wie sie ihre belagerung machen wenn wir vielleicht dann von draußen immer wieder ein paar truppen wegkneten der tor kann es auch wieder zu machen da bin ich nicht so okay oder wir lassen es einfach auf klar tag der offene türen man kennt sie bewegen sich auf jeden fall schon mal mit mit elefanten sie kommen durch das ist uns sowieso klar die kommt hier die elefanten schießen schon eine chance das ding kaputt ein jetzt gerade noch auf die die schießen bis hier geht mal bitte jetzt schon mal runter damit habe ich jetzt nicht gerechnet ehrlich gesagt und darunter darunter die schießen von dort bis hier aber willst du mich laxen und dass das ist fies dass es an die schießen so bist was das kannst du niemandem erzählen was sind denn das für ein bot elefanten ja moin wo ist denn das ziel werden wir machen die schießen die können das ja nicht mal sehen die schießen aber frei nach schau zu treffen natürlich dass der bauer klar alles klar junge das war es mal wieder komplett gut haben wir das auch mal im action gesehen wunderbar da warum sollte man sich denn erst mal die erste mauer machen wenn man auch jeden dass der erstmal angreifen kann klar na klar ich kann doch schon mal langsam dahin gehen na das wie gesagt kriegen die auf das ist auch alles okay weil sie ecco jetzt schießen sich hier auf aber das meine ich halt die hätten halt das aufgeschossen werden sie hier noch da noch da noch die kommen rein durch die erste mauer sowieso durch die zeit kommen sie wahrscheinlich sowieso auch aber hier ist halt alles ein bisschen mehr gestaucht hat das heißt hier können wir mit unseren einheiten die besser aufhalten zum beispiel die elefanten jetzt hier rein preschen würden haben wir hier so viele spät träger und so was auf dem hauchen stehen da kommen sie nicht weit der store ist hier schon kaputt was machen die die genie absolut reiht du bist möchte ich sagen dass noch immer nichts passiert so richtig na also der ramburg macht nichts also das müssen wir sie vielleicht erst mal sich leer schießen lassen das könnte auch sein wobei man auch hier sagen muss ist schießt nur eine artillerie die haben ja noch hinten noch eine weitere empfanden artillerie rumstehen eigentlich na ich würde mal sagen wir machen einen kleinen cut und dann sehen wir uns wieder wenn ihr ein bisschen was los ist okay es passiert was sie rahmen das tor ein elefanten sind anscheinend leer geschossen die bewegen sich jetzt wieder nach hinten und der ramburg hat sich gedacht gut dann öffnen wir mal hier die das törchen und jetzt ja sie bewegen sich alles klar und ich vergesse das immer wieder da du ja nicht so oft gegen die elefanten spielt so habe ich was vergessen plänkel modus sanne das heißt ich hoffe ihr lauft auch bitte weg jetzt werden die auch schon von artillerie beballert bewegt sonst bitte weiter nach hinten raus aus der reichweite der elefanten wird er die kommen sogar mit die schweine ich glaube es ja nicht weiter weg weiter weg weiter weg ok elefanten kommt durchs tor es ist passiert es passiert einfach ich habe ich doch mal bitte weiter auseinander wir haben kommt jetzt ja auch das ist jetzt ärgerlich weil die könnte könnten jetzt richtig schön weg frühstücken das ist jetzt scheiße wir können weil wir können es anders machen ja du gehst mal auf die rauf ich kann mir die damit ein bisschen beschäftigen das weißt du dass die dann halt nur auf die rauf gehen da kommt noch mehr oder muss aber ganz schnell los macht uns gerade ist mir egal macht die weg ich weiß sie sind wahrscheinlich besser auch von der von ihrer mein gott hier eine stufe aber wir sind viel viel mehr wie gerade eben wir radieren das hier weg gar keine chance endlich fühlt man sich mal hier so ein bisschen mächtig geil weg die sind auch schön alle in rei und glitier gefallen da muss man ja was sagen so weg wo bewegen sich die hin nirgendwo hin gerade um jetzt weiter hinterher tatsächlich das heißt wir werden mal die elefanten jetzt ein bisschen mitnehmen wenn die dann dann von den anderen halt gekappt gekapselt sind würde ich sagen gehen auf die elefanten vielleicht die sind ja nicht ewig bestückt mit artillerie weißt du irgendwann sind ja auch mal alle passiert hier ja gut kommen sie rein das okay aber hier ihr merkt schon bei der belagerung haben wir direkt viel viel mehr sachen zur auswahl und die bleiben sich gerade einfach nur stehen schließen einfach direkt das tor die wände vorsicht sollte so recht sein ich komme jetzt dann vorbeistinken weil die elefanten ihr wisst es jetzt mit pfeilen anzugreifen bringt halt nichts wir machen kaum damage jetzt hat es uns hier sehen versuchen wir mal so lange dran vorbeizulaufen bewegt euch mal bitte hier wie gesagt irgendwann sind die auch alle aber sie kommen uns diesmal nicht hinterher geil er kommt der bruder schießt schon mal der bruder wenn noch sachen einschlagen ja aber ich weiß dass ich schon ein bisschen kaputt aber soll ich machen dann gehst du mal dahin einfach das ist ein leiter dabei leiter ist dabei alles klärchen bärchen dann einmal bitte meine brüder ab auf die mauer aber janz schnell aber janz janz schnell hier kommt nicht einfach jeder ungefragt auch bei uns drauf weil wenn sie die mauer einstürzt dann ist schon scheiße jetzt haben wir ein paar größere probleme hier du immer immer näher gehen man hier ran du trefft ihr auch einfach mit einer höheren wahrscheinlichkeit macht die weg wir sind wesentlich mehr ja da hier die fußsoldaten da weißt du laufen die ganze zeit schön zu fuß wir sind hier die geileren wir sind ja vor pferden einfach war das schon echt ordentlich wehtut jo da kommen wir sind kaum noch leute das heißt die können auch kaum noch zurückschießen die werden einfach auseinander genommen richtig gut für uns gerade effekt nächster mehr ist weg das ist so ein game changer halt einfach so die sind jetzt hier aufgeteilt mashallah wir sagen dann wird es mal zeit hier ein paar berührende buchsschützen zu vernichten auch die schmecken eigentlich ganz gut und natürlich man muss jetzt dazu sagen unseren armbruchsschützen geht es auch gar nicht mehr so gut erschöpften alle gut aber da müssen jetzt durch und haben auch ungefähr noch hälfte schuss passt uns da reicht schon fisch beschießt schon mal schon okay würde passen da kommt der bolzenhagel einfach guckt euch das an so kommen die gibt mir den nächsten regen ja wobei fängt gar nicht so viel ob ich dachte also betrachtet sieht man das wahrscheinlich besser wir warten wir noch ein regen ab ja die wird mir alter das ist so klar kann ich nachher gut einschlafen übrigens hier ist immer noch action ja hier schießen aber unsere bogenschützen und die mauer ist gut abgedeckt ich bin zufrieden hier sowieso noch nichts los okay ich könnte es glaube ich kann mal einstellen behaltet mal eure pfeile für den fall der das ist wirklich heftig wird sie kommen nicht rein also ja da muss man sagen jetzt gerade ist es überraschender weise verpackt normalerweise kommen sie wirklich voll keine rein und bei renni alles ich sollte man sie triggern weil ich höre auch immer noch artillerie einschlagen sonst waren wir mal ab dass du das erstmal kaputt machen dann schauen wir was passiert eben gerade waren ja auch muss erst mit der artillerie lehrwert damit was passieren konnte wenn wir jetzt weg mashallah geile meile und ab einmal ihren bitte in selben song noch mal und denkt modus kurz mal ausbildern näher an näher an wir wollen die trefferquote erhöhen sollte passen machen wir dann hier mit mir aber die stehen ja quasi vor den denken modus habe ich ausgemacht funktioniert der spitze nicht hat er gar nicht funktioniert das funktioniert richtig geil da mal was anders denke modus eingeben in den nahkampf jetzt jetzt sind sehr drinnen dann gehen wir das volle kann da rein das ist jetzt scheiße wenn wir mit der schieren masse eventuell überzeugen haben wir wesentlich mehr truppen vorbeigelaufen gta ja nicht gut und wir halt unsere hier moralis hat scheiße jetzt na deren ist definitiv besser aber es sind viel weniger hier werden wir wunderbar da kann man ja auch einfach mal in den nahkampf gehen sage ich und die scheinen leer geschossen zu sein was passiert jetzt wir haben jetzt eine armee hier der hat jetzt auf die mauern kommt nicht mal die kommen ja nicht mehr auf die mauren lassen sich jetzt einfach gerade runterschießen natürlich eigentlich ganz meckt natürlich aber ja so möchte ich eigentlich keine belagerung spielen ich möchte das schon ein bisschen spannender haben weil wir könnten natürlich versuchen die einheiten jetzt ein bisschen zu kitzeln warte mal euch möchte ich gerne mal ordentlich aufgestellt ihr geht mal bitte einmal hier noch mal hin danke oder dann würde ich sagen gehen wir mal mit einer armee raus let's go was man nicht alles tut ne aber bringt doch sowieso nichts wenn die gegner sich jetzt nicht bewegen werden wir sowieso angreifen müssen das ist ja eigentlich dann doch wieder nachteil dass wir müssen dann zu denen kommen oder wir geben auf aber dann verlieren weil die siedlung ist ja auch doof ja hast du mich mal vorsichtig ran also schützen schützen die es gleich schießen na auf mann auch passiert nichts ordentlich ansturm was ist das halten die einfach an verlieren wir haben mehr gruppen jetzt gerade so nahm das ist jetzt auch nicht so sind der sache gewesen es passiert nichts wie ich das mit daran dass sie wirklich hier nichts kaputt machen konnten von der mauer her also das hatte ich glaube ich auch noch nicht so krass dass sie da nichts machen kann aber trotzdem fast alle waren schnell weg hier also da komme ich gar nicht aber was mache ich denn da jetzt also for real alle baden ja gut die greifen wir nicht an mit denen noch mal was machen vielleicht aber das sind halt so viele bogenschützen da werden wir jetzt wahrscheinlich nachhinein drauf gehen das schaffen die andere schützen jetzt nicht mehr warte mal wir haben da elefanten alleine stehen weißt du was das sind tor geht mal dahin bitte ihr müsst nicht machen mal ganz vorsichtigen das war noch ein bisschen unterstützung da müssen wir ein bisschen mal selber hier action machen guckt euch das an wir kommen ja sogar macht immer kurz weg da jetzt kommen wir da sogar selber die leider oder gekraxelt da war so nicht geplant aber gut die jetzt kommen sie oder was ihr schweine seid ihr schweine als ob es geplant gewesen ist oder so keine ahnung zurück 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 wo ihr penisse wo da fällt mir sonst nichts anderes einer ihr könnt draußen bleiben jetzt einfach da könnt ihr euch können wir euch vielleicht etwas anderes benutzen wir sind schneller würde das muss ein bisschen fixer gehen jetzt kommen sie natürlich weißt du aber auch nicht es kommen schon vier armeen na so ist jetzt nicht die elefanten bleiben trotzdem draußen das gefährliche aber wo ist ja noch nach mir gott macht jetzt nicht so nein sie geht über die leiter weg ausseiten wollte mich verarschen das ist ja peinlich was ist denn das jetzt mal eins kurz mal stopp legen wir euch jetzt noch irgendwie jetzt lassen die sich da weg snacken ich krieg die tür nicht zu was soll ich da jetzt machen ich muss jetzt hochklettern lassen wer läuft denn auf eine leiter die ist tor war offen oder so ist immer noch offen da kommen kommt rein jetzt weiß ich da nix und ihr könnt jetzt auch eigentlich wieder schießen jetzt sagt und er läuft immer noch nach oben hast du schon er schießt man nicht diese schießt man nicht vielleicht kommen die feine noch willst mir sagen die stehen jetzt hier echt gerade unten weißt du was da können wir was kluges machen ja zwar von beiden seiten das sandwichen wir einfach mal das haben wir nicht verlernt das können wir immer noch sehr gut da machen wir die arme jetzt so kaputt aber ich wie gesagt es ist noch nicht vorbei wir müssen die elefanten immer noch zerstören vor dem tor die sind jetzt ja nicht weg nach weg den schmutz sollte hoffentlich uns gehören wenn nicht ein fressier auf weiteren besen verstärkung ist übrigens damals nein an die warte die truppe die ist noch gar nicht im spielfeld alles gut wäre das also wenn die jetzt elefanten hinlaufen würden alles zerstören würden dann wäre auch vorbei hier wieder ja alles gut ja das ist mal super ich glaube auch verloren aber auch gut weg snacken ich bin zufrieden okay dann gehen wir jetzt auf die elefanten hier vorne wenn man den schmerz träger mal mit bitte wenn wir nehmen wir mal die ganze kavalerei jetzt ja mal keinen schuss mehr die können jetzt gar nichts machen soweit ich das im kopf habe die haben wir schützen lassen jetzt erstmal da wie gesagt damit auf die elefanten bringt nichts okay wir haben wieder ein paar eine einheiten zerstört schon wieder fast 40 minuten alle das war gar nicht geplant aber ich wusste auch nicht dass sie nichts tun aber guck mal wie viel hier noch steht von der kavallerie vor allem das ist richtig eklig was hier noch ist und das wirkt gefühlt wie nach einem offenen schlachtfeld weil was soll ich jetzt machen kann sie vor die tore vielleicht gleich hinstellen die truppen das irgendwie bei der torsaufen reinkommen tun sie haben wir so die anderen truppen weißt du was die können wir auch schon mal langsam bewegung setzen weil die wir laufen sonst ewigkeiten wir machen es jetzt so dass wir uns doch jetzt hier aufzustellen weil ich sehe ich jetzt gar nicht wir müssen nicht rennen macht ganz entspannt also ich weiß was die werden wir auch noch mal mitnehmen euch hier rauf auch weiß was stellen wir uns hier rauf so fußsoldaten haben sie gar nicht mehr haben seine bogen schützen ich glaube auch nicht haben wir glaube ich auch alles schon rausgenommen das heißt fernkampf ist nicht mehr drin die elefanten können auch schießen also die jetzt hier mit den pistolen bewaffnet das kann auch wehtun und das sieht so lustig aus wie sie in so ein paar formationen ab oder liegen da schon fanny ein wenig ein bisschen besser aufstellen ein bisschen mein breitgefäger aber ich kriege ich sowas von die sperre ab ihr glaubt es ja nicht dafür sorgen dass es für euch nicht lustig wird wegen euch mussten meine mussten meine ganze armee schon so leiden unsere ganzen familienmitglieder sind deswegen gestorben das ist vorbei es ist vorbei die zeit des schmerzes ist vorbei der rache kommt jetzt aber wir haben uns jetzt so ein bisschen rum herum aufgestellt würde ich sagen gut umbringt wird sie euch haben sie nicht mit gerechnet wir sind absolut überrascht gewesen jetzt auf ihren hohen elefanten die wussten was passiert so jetzt hier ja la bila reiner man macht ja nicht mal was so läuft hat nämlich nach welch man direkt schaden bekommt da wunderbar und es flieht tatsächlich wirklich jemand das ist jetzt unangenehm also seid ja eine wahnsinnig ich weiß es ein elefanten aber es ist eine wahnsinnig überzeit die ihr habt das gewinnt ihr es bewegt sich was bewegt sich was wobei wir laufen amok ist egal dass sie weglaufen lasse weglaufen ist okay sollen sie machen so hier neu aufstellen neu aufstellen ist auch artillerie dann auch keine schuss mehr ich bin überfordert ich bin wirklich überfordert rhein außenrum ein bisschen müssen von mehreren seiten angreifen rein rein aber dass ich das jetzt abgekapselt haben finde ich nett das ist natürlich jetzt nicht der normalfall wie gesagt diese belagerung ist jetzt gerade schon besonders wenn die elefanten waren junge alle da immer ordentlich wuchs aber ich hier so amok elefanten mit gefährlichste überhaupt er verbracht man damit haben auch schon so wie viele truppen verloren weil die sind dann auch meistens dann durch uns reingelaufen macht ihr kaputt jetzt ist auch gut für unsere katte hier so einer das noch ein bry soll da fliehen alles gut alles gut läuft jetzt nicht durch der überrennt euch sonst alles gut wunderbar ich bin stolz ich bei eier stolze berliner die stehen alle noch da das heißt leute kehrt wende einmal bitte rein hier in den lachs auf jetzt richtig ist die frage laufen rum auf dem rum genau ich kann schon gar nicht mehr reden außenrum meine natürlich da sie laufen richtig wunderbar die brüder stehen schon mal und weißt du was ihr könnt ja schon mal anfangen so wird sich bewegt aber bringt ja nichts nur für nahe kämpfer was wollt ihr machen was wollt ihr tun nix könnt ihr tun daher mit der armo schützen irgendwie jetzt auch noch mal nach stehe ich jetzt nicht aber hey wird euch ich habe gesagt irgendwann wird eure zeit kommen dass eure zeit rennt mal bitte rein wo soll sich mal wieder schließen wenn sie umsonst her gelaufen sein perfekt leute was macht ihr denn den plänkel modus des anlauf noch weg normalerweise weißt du normalerweise laufen die oder immer so einen gigantischen bogen um die gegner jetzt laufen sie rein jetzt wo ich es nicht gebrauchen kann das ist ja so typisch ach die fälle sind fast alle wird wird sie machen ja die rennt diesmal tatsächlich gar nicht weg das ist frech jetzt gewesen vom spiel das ist wirklich frech gewesen dabei ist er direkt wieder weniger dort spiel bevorzug mehr kommen sind und wir können jetzt langsam mal glaube ich hier schon mal her rufen ist schon okay aber wir sind jetzt hier nicht drüben reingelaufen und reale nein habt ihr sind lenken modus an geht das jetzt ja jetzt geht es okay und die müssten schneller sein als die gepanzerten hier von der logik hier allein schon aber weg nach weg den mister recht mal hier eure kollegen ja jetzt funktioniert ja wunderbar die sperrträger stellen wir doch mal auf natürlich eine wunderbare front die moral ist aber auch so was von einem eimer du glaubst ist ja nicht erstelle ich hier in das geht ach lol weil hier ja sorry da war ich selber ein bisschen los stop 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 ich seid schon viel zu weit meine beruf freunde ja muss ja nicht sein gut der note so wieder einmal hinstellen aber wobei ihr könnt euch doch hier hinstellen nevermind wird ein bisschen schutz haben der letzte marsch der enz meiner damen und herren die elefanten schießen sollen sie müssen sie gar nicht so rein zu locken ist klar was haben wir sind auch ein paar die wir absnacken können da kommen wir raus hier den bruder würde ich mal für die moral ein bisschen näher ran tun muss nicht so ganz nah ran aber hier so ein häuser block weiter hinten ist vielleicht ganz geil so ein bisschen schluss habt ihr noch ein da kein gedanke rein mal wie weit weg die eigentlich stehen da und sie fliehen schon also leute das habt ihr euch aber eigentlich in eurer ausbildung nicht gelernt habe ich ja schon wieder entscheuscht da gibt wenigstens eure bolzen euren kollegen die ja wenigstens weiter kämpfen wollen wir haben nicht gleich keiner mehr er sagt schon keiner mehr übrigens der leibwächter auch gut zu wissen so wir stehen glaube ich ganz gut wir werden auch abgeschossen geil kann ich euch jetzt hier ein locken geht hat nicht wirklich leute kommen wir draus gut rein 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 sie sind aktiv geworden und sie fliehen alle direkt wie kann denn das immer sein dass sie alle fliehen leute das ist ein bisschen kavallerie die elefanten kommen ja nicht mal auf euch zu hat ergibt keinen sinn es ergibt keinen sinn so formation das ist eine erbärmliche vorstellung die wir hier abliefern weiß wie konnten wir denn zum besten reich was es jemals gab und gegeben wird werden wenn die truppen direkt nach ein bisschen angriff hier fliehen so das geht ja nicht was ist hier was ist unser können wir doch gar nicht mehr sagen wie krass wir sind da würden doch jeder lacht uns aus hier so nr 1 raus da die schon trotzdem so ein bisschen afk irgendwie zu sein das jetzt mit der ganzen macht kommen ja gut dass jetzt hier wieder da sein bringt und trotzdem nix elefanten schießen hat das ist immer so das problem natürlich jetzt gerade meinetwegen sonst auch bitte hier schon mal rauch damit die da ein bisschen beschäftigt sind doch gönnt euch ich weiß diese belagerung ist absolut kürzner also hier passiert nicht wirklich das was passieren soll das ist alles irgendwie ganz verrückt der bruder denkt sich auch so der ja den elefanten den lege ich hier ganz alleine wo bist denn du ganz hingelaufen das habe ich eigentlich nach hinten geschickt das ist wild von dir bin ich ganz ehrlich jetzt laufen sie auch noch weg da macht erstmal die hier weg jetzt kann ich dann das ja noch fliehen hier das sind noch wieviel drum sind das sind fünf ihr fliegt doch nicht winkt ja wahrscheinlich wegen elefanten oder was immer noch das ist aber trotzdem auch sehr das sind v-move jungs 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 ja okay was können wir jetzt hier machen auf elefanten drauf also bringt ja nichts irgendwie dann natürlich trotzdem noch ein leichtes ziel also langsam ist muss ja so langsam nervt mich das ein bisschen ich würde jetzt gerne auch hier irgendwer mal irgendwie fertig werden irgendwann haben sie keine muss aber das ist also die truppen gehen jetzt nach zwei sekunden schon direkt da kannst du gar nicht ordentlich kämpfen bist du ich meine geht gar nicht ja das ist wirklich unklug deswegen solltest du das auch nicht tun mein freund jetzt mal nach und nachher so wächst das necken sind aber auch noch gigantische armee nach sich truppen halt und das sehr gute und sie kämpfen ja trotzdem an denen dran stehst nicht so dass sie das einfach über sie gehen lassen der leibwächter stimmt der könnte eigentlich ganz gut sein um das spiel zu drehen das kann ich ganz gut sein ja den habe ich rausgeschickt das war gar nicht geplant aber alles gut der kämpfe drin gleich wieder er ist auch frechner lassen wir erst mal angelaufen kommen dann greifen sie an das sind mir die liebsten jetzt kommen jetzt necken die sich die ganze da kommen hier stehen eine ganze menge von uns hier kummer gehört euch den leibwächter bitte mal hier der ist er eigentlich jetzt gerade ziemlich einfach zu bekommen er fürchtet auch gar nichts nach der fürchtet gar nichts weil er weiß wie schreckhaft unsere truppen einfach sind die weiß der weiß wie peinlich wir einfach sind er weiß das ist das schon wieder für eine folge machte ich weiß jetzt gerade da habe ich einfach nur die truppen rein weil ich einfach nur jetzt generell kurz mal erwischen möchte weil dann ist ja die morale im eimer ja die ich weiß ja mal stimmt erstmal hier geil aber natürlich das stimmt habe ich fast vergessen die truppen sind schon lange unterwegs ergibt schon sein und die ganze elefanten fliehen direkt perfekt das ist gut überrennen die sich vielleicht auch mal gegenseitig dass wir nicht wirklich wir haben die pfeile übrigens golf das kann auch sein okay wenn ich euch jetzt hier raus schicke dann möchte ich bitte nicht dass ihr innerhalb von zwei sekunden wieder flieht danke ich bin auch super nein alles gut nicht durch meine einheiten bitte dass wir jetzt sehr frech ja und alles haben greifen alle mit einem gleichzeitig an ja die fliehen wahrscheinlich direkt mal mit lassen erstmal alle antanzen ja stopp nicht weiter bitte nicht dass du da schon gleich fließt so dass es jetzt die letzte armee die jetzt hier wahrscheinlich noch kämpfen will das ist ganz köste belagerung jetzt gewesen bin ich ganz ehrlich zu euch weißte was hört euch wenn das jetzt nicht funktioniert dann bin ich auch raus hier ja das war eine ganz verfluchte belagerung fast eine stunde folge alter das war ja gar nicht geplant aber so eine belagerung da kannst du auch nicht ausdenken alter verwalter da haben wir mal eine große länge kann man sich auch mal gönnen machen wir jetzt hier bis zum tod jo mach mal gott sei dank